Jetzt wird's schlimmer. Noch schlimmer? Ja, noch viel, viel schlimmer. Wie kann man so schlimm sein? Oh mein Gott. Du kannst... Mit einer Secret VPN? Die macht auch noch Werbung für eine VPN? Die macht Werbung für eine VPN. Alles klar, Bro. K und I. Blocks, Glitzet, Size. Make sure, das hat nichts mit einer VPN zu tun. Oh mein Gott, du bist drin. Alles klar. So ist das, wenn ihr in Brookhaven jetzt reinkommt, dann sind alle Roblox-Spiele einfach tot. Alles klar. Oh mein Gott, derselbe Arrow-Effekt, als sie aus Roblox rausgekickt wurde. Oh mein Gott, es ist einfach genau dasselbe. Ihr erinnert euch an das Muster? Erinnert ihr euch an die geheiratete Maus für die Bildschirmaufnahme? Oh mein Gott. Du wurdest gehackt? Ah, okay. Warte.